Moin! Jo! Letzter Tag in New York, Wetter ist gut, auf geht's! Jo! Tränen Sie? And I will fear you! Toll! Doh! Da! Jemand! Wenn du nicht." 15, Dramat! Du darfst! Do puff! Sanfe! Dramat! Die! ius Wir sind jetzt hier auf der Säden Island Claring, obwohl es ist doch echt ein Zimmel nicht. Es hat zum Frühstück auch zum Frühstück eine leckere Pizza. Wir sind hier auf der Säden Island Claring, obwohl es ist doch ein Zimmel nicht. Wir sind hier auf der Säden Island Claring. 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 Komm schon, stell ihn scharf. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Wir sind hier auf der Säden Island Claring. Wir sind hier auf der Säden Island Claring. Wir sind hier auf der Säden Island Claring. So, wir haben uns jetzt noch was Leckeres. Wie sehe ich überhaupt aus? Wir haben uns jetzt noch was Leckeres von Nathan's gegönnt. Da werden auch schon fleißig Fotos gemacht, wie sich das gehört. Und jetzt die letzten Meter. Jetzt geht es von Coney Island zurück nach Long Island. Und dann Richtung Airport. Die nächste Gänsehaut hier, ne? Mit der Klimaanlage geht immer richtig schön ab. Schnecki ist hier kalt. Die nächste Gänsehaut. Tja, und wo plötzlich ist das einfach nur arschkalt? Die müssen natürlich jetzt noch mal mit, ne? Sind ja sehr lecker. B0, oder was hier? Was ist denn das hier? Was muss ich hier alles für Zahn drücken? B0. Price 1. Ja, kriegen wir hin. Boah, was ist denn das hier für Schraub überhaupt? Dankeschön, ich will aber noch eins. Ja. Dann muss ich schon zu helfen. Ja, wir haben uns jetzt noch eben umgezogen. Für den Flug. Schön gemütlich und warm vor allem, ne? Und jetzt geht's auf zum JFK. Die Kontrollen hier waren ja mal wirklich schön chaotisch. Und jetzt, äh, ich hab noch Dollar übrig. Ich hab mir ein paar rückste Tage am Arsch. Nachdem ganz glücklich geschlafen. Und jetzt Koffer holen. Und ja, muss ich. Ne, ich filme mich. Okay, genau. Oh Gott. Tschüsschen. Oh, Frau. Oh, die Freude. Ja, ihr auch. Sag mal Bescheid für eine andere Richtung. Ja, mach ich. Mach ich, Mama. Tschau. Tschüss. Ja, eben schon gesehen, dass meine S1 nicht nach Hause fährt. Da bin ich sehr gespannt. Aus mir nur unersichtlichen Gründen fährt die S1 nicht mehr durch zu mir nach Hause. Toll. Ja. Ist das ein geiles Wetter hier. Das ist der absolute Hammer. Jetzt hol ich erst mal Sandylein ab. Wen haben wir denn da? Hast du geschlafen? Ja, hallo, hallo, hallo. So, jetzt saug ich bei meinen Eltern noch. Wir haben ja immer genug Arbeit. Wir haben jetzt ja gut. Und dann gehst du nach Hause. Sandy, mein Schatz, fahren wir nach Hause? Na, komm her. Gerhard gering. карahn. Sch bets noch. Gerhard geringer. Vielen Dank.